Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Corona TV am 15. November, es ist viertel vor 12 Uhr am Abend. Heute konnte man es ja in den 20 Minuten, vor allem die, die noch Papierform lesen, schön in der Überschrift lesen, mehr Tote mit Impfung als ohne, bis Ende Oktober. Aha, ok, aber dann uns quasi systematisch, psychisch und körperlich zerstören, was bis jetzt immer noch stattfindet, oder? Es ist interessant. Und jetzt habe ich gerade noch etwas anderes gesehen und zwar war das im WDR Nachrichten. Und zwar haben sie gezeigt, welches von diesen Impfstoffen nach gewissen Monaten ihre Wirklichkeit nahe lässt. Ja, jetzt ist natürlich klar, wieso das die natürlich auf die Busse so drauf verschlägen. Ich meine, schlussendlich sehen sie ja, dass es nichts bringt, oder? Und ich meine, Leute, ganz ehrlich, wollt ihr tatsächlich euch jahrelang mit diesem Gift euren Körper zerstören? Oder? Also, die wollen doch ihr Gesicht bewahren, die wollen doch nicht neben den Verbrechen noch als Versager dastehen. Was sie ja eigentlich jetzt schon sind, oder? Die haben komplett versagt. Sie sind verlogen, heuchlerisch, ignoranter, arroganter, sie sind Versager, sie sind Verbrecher. Und ich rede nicht nur von denen hier in der Schweiz, sondern auch von Deutschland und Österreich, oder? Und wenn wir jetzt wieder Österreich, oder? Man macht in Österreich eine systematische Hetzjagd. Man tut richtig die Ungeimpften in eine Ecke trennen und man tut wirklich systematisch das Leben zerstören. Man tut es wirklich, quasi die Ungeimpften, weil man quasi von der Bildoberfläche verschwinden lässt. Ja. So, so kommt das, haben wir das heutzutage, oder? Jetzt sieht man mal die wahren Gesichter von gewissen Politiker und Parteien, oder? Es ist wahnsinnig, wirklich. Und ich bleibe standhaft, ich bin stolz darauf, dass ich nicht geimpft bin. Ich habe zwar jetzt über das Wochenende eine ganz kleine Magen-Darm-Grippe gehabt. Aber es geht mir schon wieder gut. Und keine Angst, für die, die vielleicht schon jubeln, ich habe einen Test gemacht, ich habe keine Corona. Könnte gerade vergessen. Und, ähm, ja, eben, ich frage mich, was haben, oder was tun die uns da in der Schweiz noch alles verheimlichen? Ich frage mich, ob die Fallzahlen überhaupt wirklich stimmen? Oder, was wird da noch, uns alles noch quasi verheimlicht? Oder, was, was... Ich habe das Gefühl... Eben, ich sage, gut, ich sage ja schon lange, wir werden die angelogen. Wir werden das seit dem April von letztem Jahr, werden wir angelogen, oder? Aber jetzt, äh, jetzt ist wahrscheinlich das Lügekonstrukt dermassen instabil, dass die nicht mehr ein und aus wissen, oder? Weil, äh, ich sage ja, 20 Minuten hat sie gebracht, oder? Mehr Tote mit Impfung als ohne, oder? Ja, oder? Darum wollen solche unbedingte Booster, vor allem im Deutschen, da ist ja noch schlimmer, Booster, 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 oder? Die wissen schon genau, warum. Oder? Nein, es ist wahr, Leute, jetzt... Einfach wieder mal eure Hirnzellen einschalten. Jetzt wirklich. Und, und jetzt ist wirklich, jetzt müssen wir dem, dem Treiben, der Hetzjagd, der Folter, und wirkliche, also, Hetzjagd gegenüber den Ungeimpften. Ich meine, das ist wirklich genau das Gleiche, einfach auf eine andere Art, was man damals mit den Juden gemacht hat, oder die Apartheid in Amerika. Oder Rassen, die diskriminiert werden, oder? Wir sind richtige, wir sind Rassen, die diskriminiert werden, oder? Wo ist da eigentlich der Europäische Gerichtshof, der ständig wegen jedem kleinen Zeich den Lapps drin hat, oder? Oder, wo sind da die, die ständig da plappern, da wegen Mohrenköpfen oder Zigünnerschnitzel oder was auch immer, oder? Wo, 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 kompletter Schwachsinn ist, oder? Aber da, bei so etwas, da sagen sie dann nichts, oder? Und darum ist jetzt ganz wichtig, Leute, ich habe es gerne schon gesagt, so viele Leute mobilisieren, aber nicht dazu zu zwingen, sondern zu überzeugen, warum am 28. November das Covid-Gesetz soll abgelehnt werden. Und Leute, es sind nicht nur die Ungeimpften, die jetzt langsam die Schlinge um den Hals herum haben, sondern auch die Geimpften, oder? Ich meine, ihr seid ja, ihr seid ja eigentlich wirklich von Anfang an blöd gewesen, oder? Ich meine, ihr werdet so lange quasi vollgepumpet mit dieser Chemie, bis ihr dann schlussendlich den Löffel abgeben, oder? Und die sagen dann sicher nicht Danke, oder dünnen sich dann quasi, oh ja, ja, wir sind dann schuld. Die sind ja nie schuld. Haben ihr das eigentlich auch schon mal gemerkt? Es sind immer die anderen schuld, oder? Nie sein. Und wenn ich jetzt gehört habe, dass die Massnahmen sollen, äh, 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 ... Sollen ... Verlängert, äh ... Ergänzt werden. Also verschärft werden, oder? Eben! Es kommt garantiert zum 4. Mal das Restaurant dran. Und was hat es bis jetzt, die Zertifikatspflicht Ausweitung auf die Restaurante gebracht? Nicht, wie es am falschen Ort ist. Weil die Leute stecken sich auch nicht in einem Restaurant an. Aber das wollen die nicht eingesehen. Die sind so komplette Ignoranten und Heuchler und Leugner, das ist unglaublich. Und wenn ich jetzt so gehört habe, dass im Deutschen im ÖV quasi das 3G gelten soll, oder? Ich meine, schaut mal im Deutschen an. Ich meine, das Deutschland war das erste Land in Europa, wo ja Maskenpflicht im ÖV eingeführt haben. Oder? Hat es bis jetzt etwas gebracht? Nein! Aber sie sehen es nicht ein. Oder? Eben, die machen richtige Hirnwäsche, die streuen einem richtig Sand in die Taugen streuen, oder? Und die Leute glauben das noch. Wenn man die Umfrage gehört hat, die Leute sind nicht normal. Oder? Wirklich nicht. Und dann noch wegen Karneval. Am 11.11. ist ja da Fasnacht losgegangen. Da sind ja die Karnevalisten sind da in Köln natürlich auf die Strasse gegangen. Ja, schaut mal, wie die tun da, die Virologen und Epologen und wie die alle heissen da? Die gehören gleich die Wände drauf, was sie das gesehen haben. Oder? Aber das ist bei uns genau das Gleiche. Ich meine, von der Fasnacht von Eisiedlen bis zur heutigen Demonstration, die es bis jetzt gegeben hat, gegen Corona-Massnahmen und was auch immer, hat es bis jetzt noch bei keiner einzigen Demo nachher irgendwo in dieser Stadt einen massiven Anstieg an Fallzahlen gegeben. Oder? Also es zeigt es doch, man kann sich draussen nicht anstecken. Und ich komme jetzt gleich wieder Wut rüber, weil schon zum zweiten Mal hat unsere linke, versifte Stadt Uster, den Ustermärk wieder versenkt. Oder? Nur weil die einfach, die, 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 die Bürolisten, die, die studierten, äh, versuchten Hirnis, oder? Nicht viel studieren und sich von den, äh, gewissenen Schreibtischstätten, Epiologen und was sie alle heissen, dass sie sich beeinflussen lassen lassen. Nein. Wirklich. Also man muss wirklich Zeit, in gewissen Sachen, wo man sich wirklich zurückhalten, dass man nicht noch wirklich, äh, oder? Vielleicht ein Teller an die Wand rührt oder ein Tassel an die Wand rührt, oder? So Leute, ähm, morgen ist wieder die Pressekonferenz, äh, vom BAG. Bin ja gespannt, was, äh, was morgen wieder alles zusammenliegt. Ich wünsche euch eine ganz gute Nacht, schlafen gut und bis zum nächsten Mal.